Wenn man bei mir einbrechen würde... Gib mir alles, was du hast sofort! Oh, scheiße! Ist das gerade ein Überfall oder was? Ja, und jetzt zack, zack! Shit, Mann, jetzt bin ich irgendwie gerade ein bisschen aufgeregt. Also, ich kann dir die Chips hier anbieten oder dieses Eis. Gib mir dein Geld sofort! Sorry, Mann, ich hab mein ganzes Taschengeld für diesen Monat schon ausgegeben. Dann gib mir deine Wertsachen! Naja, du kannst ja mal schauen, ob du hier was findest. Oh, ich hab letztens eine teure Unterhose gekauft, aber die trage ich jetzt auch schon seit vier Tagen. Scheiße, Mann, ich sollte dir Geld geben. Alles gut, ich will eigentlich nur ungestört meine Serie weiterschauen. Willst du mitgucken? Ja, okay, hab heute eh nichts mehr vor. Und du wolltest mich ausrauben!